ARD Text im Auftrag von Funk Und ein weiteres Stim Könnte nützlich sein Könnte sehr nützlich sein Okay und da oben ist auch noch was Maximale Stim-Anzahl erhöht, okay Ich hab keine Ahnung wie ich da oben hinkommen soll Durch ne Decke oder sowas Oder durch die Decke Ach ne da gibt's n Da gibt's n Kanal da oben Kanal sag ich schon Ne so n Ding halt Nun denn Leute Ich würd sagen Wir sehen uns Wir sehen uns dann wieder Wenn ich bei der Mantis bin Und diese Zwischensequenz wahrscheinlich nochmal durchgemacht hab Bis dahin Tschau Leute So Also wie gesagt Ich musste nochmal Diese ganze Zwischensequenz nochmal durchmachen So jetzt Können wir Ähm Wie letztes Mal schon herausgefunden quasi Zur Inquisitorenfestung hier auf Null Machen wir das doch direkt Und das ist Und das ist Und das ist Taryn Malikus Ich dachte Das ist Das ist Das ist Das ist Einige von Die Jedi Einige Die Jedi Die 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 Aber es ist leicht für die erfolgreichsten Liedern zu werden, um die Gäste zu gewinnen und Glück zu werden. Nun, er wird das nicht mehr finden. Nein, er ist nicht. Malakos hatte eine Strategie für ihn und seine Truppen motiviert. Wahrscheinlich ist es, warum er diese weirdos unter seinen Kontrollen hat. Ja, könnte gut sein. Gut. Gut, gut, gut. All right, wir sind hier. Lass dich gerade mal tun. So. Inquise Dorenfestung. Das ist nicht gut. Mit den Defensern, die wir haben, unsere übrigen Tricks werden einfach nicht kümmern. Ich kann helfen. Was denkst du? Ein Ritual. Ich mag sie. Das crashing, die wir haben. Wir sind rechts Wie? Mother, lend me your strength. Whatever she's doing, it's working. What do you think the odds are? The money's on you, kid. Let's go, buddy. Once we're inside, I'll engage their defense level and then sabotage their sensors so the Mantis can extract us. You find the Holocron. Shall we stick together? I feel the pull. The lives of every child on that list are at stake. Whatever happens in there and whatever you see, don't worry about me. Just get it and get out. Closing on the fortress. It's time. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 um die waren sogar ganz kurz haben wir jetzt gemacht verteidigungsgürtel hier muss ich einfach nur eine aus dem fenster gucken da haben wir ein problem ich glaube da geht es rein kommen wir da rein ja das seltenweise öffnet sich das auch so ganz einfach na haben die alarm ausgelöst wahrscheinlich ganz am anderen ende dieser blöden festung ne natürlich ok wie geht das ding auf du hast das du hast das du hast das öfff aua und guck verpiss nicht du scheiß teil ich will nicht daß irgendwer alarm aus löst Oh, okay. So. Oh. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Da kommen aber auch alle. Ich habe Schiss, dass irgendeiner Alarm auslöst und dann irgendwie Inquisitoren kommen. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen will ich möglichst schnell und clean da durchkommen, ohne dass irgendeiner von denen Alarm auslöst. Okay, die sind weg. Das Alarm ist schon ausgelöst. Scheiße. Okay. 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 Ich bin schon mal weg. Ja, ja, ja. So, du kannst den da. Hallo. So. Ist jetzt schon Alarm ausgelöst, ich hoffe nicht. So. Okay. Sind noch ein paar Leute. So. 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 Aber. So. So. Das kennen wir doch. Den raum kennen wir doch. Ist das nicht, ist das nicht so gar der aus obuvan. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du wirst das nicht vergessen. Du wirst das nicht vergessen. Ich habe hier, ich habe hier geschlossen, aber die Empires habe mich in geschlossen. Any ideas? Kal, achte eine Kontrolle. Ich habe ein Plan. Ich bin in einer. Ja. Hier war doch gerade ein Kabel. Warte mal. Blick. Rein. Ne, hä? Warte mal. Rein in den Ding hier. Das fährt hoch. Und das führt... Ich bin da raus. Ne, hä? Ich bin im Kontrollraum. Also von da her. Ach so. Ja. Aha. Sieht das, BD? Das ist bestimmt sehr gut für die Station und die Integrität. Vor allem da wir ja unter Wasser sind. in die Fortressen. Flüge die Basel und schwimm zum Zentrum. Was ist das denn der Plan? Wir sind in der Seite. Gut Glück. Warte. Na, ey. Das ist eigentlich nicht so gut. Ready for Swim BD? Hing an. Okay, so kann man das auch machen. Hä? Warte mal, wo soll ich hin? Ich soll da raus? Soll ich da raus? Soll ich da raus? Soll ich da raus? Run... Nee, soll schon da raus, ne? ja ja also die integrität dieser station lässt gerade mal so zu wünschen durch sturmtruppen hier was was verschwimmte sektor ja sehe ich na ich kann die karte nicht verwenden das ist blöde und ich gehe jetzt da weiter wo nicht leuchtet aus meditieren das kann man machen dann können wir mal die Medi Behälter für ein Stück weil ich glaube die brauchen wir nämlich jetzt gleich es wird knapp werden jetzt lang wahrscheinlich hier ja 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 Aber man muss einfach nur gedrückt halten dann, okay, das wusste ich nicht. Äh, was? Ah, die trainieren hier. Ich habe hier praktisches Kampftraining einmal. Mann! 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 Welch ganz krank. Da! Ach! Toll! Aua! Du schaust weg! Du schaust das weg! Du schaust das weg! Ein bisschen Hilfe, buddy! Bitte hack die, obwohl nix da ist. Auch gut. Was machen die hier? Räumen die auf, oder was? Du schaust ihn! Ich kann ihn nicht schrauben! Ich nehme den Schuss! Oh Gott! Geh in da! Das hier hat ein paar Bewegungen! Öffnet den Feuer! Das ist wahrscheinlich nicht gut! Ich kann nicht auf meine Fähigkeit! Was kommt denn überhaupt alles? Auw! Ich bin hier! Du schaust ihn! Jetzt! Du schaust die Wand! Hilfe, BD! Du schaust ihn! Du schaust ihn! Das ist nicht so schade! Du schaust ihn! Du schaust ihn! Ja! Du schaust ihn! Du schaust ihn! Ja, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich das hier geschafft habe. Boah, okay, meditieren. Hui. Okay, der hat schon etwas mehr reingehauen, das Ganze. Ähm, ich würde mal für den Baum gucken, was ich mir so holen könnte. Lichtschwert werfen. Was ist das? Das würde ich gerne. Oder dieses Gruppen verlangsamen könnte sein. Verheeren der Schub könnte interessant sein. Komm, ich nehme Verheeren der Schub. Was muss ich damit drücken? L2 halten. Äh, R2 halten. Okay. Puh, okay, gut, dann weiter geht's. Wo geht's raus? Hier? Nö, doch. Achso. Äh, kommen wir da nicht raus? Ah, da. Okay. Oh, noch mehr. Sind die noch irgendwie bei Glück irgendeine Gefangene Jedi oder sowas? Must be eliminated. Oh, die müssen eliminiert. Wir sind weiter! Oh, der ist weg! 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 Okay, ich habe etwas gefunden. Wie sind Sie? Keine Angst, wir haben eine Arbeit zu machen. Aber trotzdem, es fühlt sich gut um diesen Ort zu entfernen. Diese Kirche ist wo sie uns gehalten. Ich wünsche mir nur jemanden, um zu retten. Entschuldigung, wir mussten zurückkommen. So bin ich. Aber wir haben wirklich keine Wahl, haben wir? Ich verstehe. Wir gehen weiter. Ja, wir gehen das mit. Any sign of Trilla? Nein, noch nicht. Der Holocron ist in der Interrogation-Chamber. Das ist der größte Ort in diesem gesamten Fortress. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich werde die Verwärterungen mit dir so schnell wie ich kann. Okay. Wo geht es denn jetzt lang? Wahrscheinlich dort, ne? Alter, die hat die ja mal auseinandergenommen. Aber mal wirklich. Zack, 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 zack. Wow. Sieht schon recht beeindruckend aus. Okay. Ja, sieht schon recht beeindruckend aus. So. Wir sind nahe. BD-1. Danke für mich, mein Freund. BD-1. Oh. Okay. Noch mal ne Brücke ausfahren. So. Jetzt kommt ihr gleich Triller, pass auf. Okay. Sehr gut, buddy. Okay. Okay. Dann zeig mal. Aua. 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 Okay. Ich kenn das Moveset von hier halt noch gar nicht. Das heißt. Das könnt jetzt. Na? Ja. Mach den Hubschrauber, ne? Ja. Aber jetzt will ich verarschen. Stimmt, BD. Aua. Aua. Au. Oh. 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 Okay. Ich würd einmal sagen, Leute. Wir beenden diese Folge hier. Ich bedanke mich rechtzeitig fürs Zusehen Und dann sehen wir uns im nächsten Video Bis dahin, lasst einen Abend nach oben da Und tschau Leute